ich wollte gerade sagen hoffentlich kommt das hier nicht an also ich weiß auch nicht wie hoch wir schießen müssen weil ich sehe nicht wenn ich was ankommen ihr könnt eigentlich den normalen namen behalten ansonsten wenn ihr das spiel gestartet habt im multiplayer launcher links wo ihr euer banner ändern können könnt ihr auch eigentlich einen namen ändern oder bilden sie sich sogar zum block wie hoch hast du gezielt das geht das gesamte knie nach mein gott das sieht aus wie die letzte hobo bande aber weißt du wir machen uns kleiner damit wir nicht getroffen werden wenn ich reiche headshot kenne das gesamte erhebt euch und vorwärtsmarsch rechtstaffeln rechtsfunktion rechts von mir halten freist fall auf den weißen blob mein schuss ist verschwunden genau durchgeschossen mein schuss ist verschwunden ausgeglichen preis verhalten preis verhalten es kommt in gesamte front zurückfallen und jetzt hier die hier im laufen bilden hinterm offiziein rein links staffeln in jungen frauen kommt 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 das aber hier in deckung ob man kein halb rechts marsch deckung gibt es und gleiche information hier hinter mir halten halb reis freies feuer auf den auf die blauen linie ich habe fahrenkreuz etwas höher als zentrum auf warum hat der mentee zwei musketen und eine pistole die rücken vor effizienz weiter schießen ich hab den offi nice weise habe ich auf dem selben geschossen ok das kommt der halb rechts zu kuhle zu kuhle in die kuhle hier halten nach landen wird es die kuhle die wollen zu flankieren macht die abstände rein wir sind leichter rechte verluste von rechts auch noch oh gott nach rechts schießen jetzt haben sie uns frankiert das war's ich wollte gerade sagen hat man übernehmen ja ja ich bin tot ja ich glaube wir sind alle tot ja auch wenn ich mahne alles läuft dann gebe ich dir kurz den gesprächsleiter direkt rein scharzt weiß auch nicht wissen halt dass sie für sie brauchen schützenreihe hinter mir halt das ganze rechts oben fressfeuer gucken ob wir von hier treffen können das sieht gut aus wir haben uns outplayed die scheiße knapp und ganz rein rein schütze mal hinter mir halt das ganze rechts um fast vorher ja jetzt ist jetzt gehen die da oben oder was aber mindestens können wir nachladen ist auch schon ein anfang haben wir dich prometheus verloren also nicht wir nein haben wir verloren toll ja haben wir ja sehr schön noch die du wiggelfysik von den decken auf unserem rucksack auch jetzt kann ich das nicht mehr auf der wiggelf ist ja voll geil voll realistisch und die decke goes wiggle 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 ich kann nicht mehr weg gucken ich höre schüssel schüssel rissen aber ich weiß schon über uns was wir halt links um nachladen marsch dass die sich zurückziehen finde ich ja gar nicht so gut kehrt marsch wieder in die ditch schützenreihe zu beinen sein hat ich block um kehrt freis feuer mal ab das ist auch synchron ob sie mal gucken ob sie uns nicht sehen das nennt mich so ein short mit hartmann wo ich sage okay wir sind jetzt hier versteckt im busch und dann kommt hartmann mit der riesen flagge an die drei meter hoch ist so guten tag seid mal so süß ihr seid aber wir verstecken uns hier genau holen sie jetzt ihre location teilen was uns da erwartet wir erinnern uns heute an flolle er war ein mutiger soldat ich glaube ich bin jetzt tot ich bin aufgestanden das ist daneben das gibt's doch nicht ich habe überhaupt nicht getroffen ich glaube auch nicht dass sie auf uns geschossen haben sondern auf die linie an der pucke na stimmt da sind zwei umgefangen das war wirklich gemacht das war halt rechts oben nachladen marsch die wissel pfeile wo ein moral schaden kriegt das soll bis 30 moral kannst du machen ja also diese wissel pfeile machen heftigen moral schaden das muss man ja sagen gegen staffeln schützen ihn auf links halt auch meine links neu ausrichten ein freies feuer und dann zum nachladen wieder in die ditch haben wir die musketen gedauert rechts auf marsch der marsch der schaffelt jetzt aber mit gas schießt dann können wir in der ditch uns verstecken ich glaube die haben wir haben ein problem die staffeln oder die brücke versucht hinter die brücke zu haben nein da ist ein süßbarer wand nein wieder zurück go hartmann go die schießen die schießen die schießen nein hat man wohl erwischt jetzt chargen die also aber ich glaube wir haben ja ich glaube ihr habt sie gut abgelenkt hat einfach auch nichts gemacht also es hilft auch natürlich nicht dass die gegner halt nicht kein hügel hinter sich haben weil sonst könnte man halt genau sehen wo die kugel einschlägt der jetzt ist halt leider so dass wenn sie dahinter fliegt der fliegt dahinter dann weißt du jetzt nicht wo die war ist jetzt viel kürzer geflogen weil die kugel einfach nach unten gedrackt wurde durch den spread mit der palmer mit der palmer mit der palmer mit der palmer ja so jetzt kommt man schon die palmen das dann ist nicht die krieger distanz ein hit gemacht und schon mal wobei der ist ja hinten offizier kavallerie offizier da kann man doch was machen gott mhr mhr wenn es mit ne schade kein hit schade dass die karte ist doch der wurde runtergeschossen oh lol jetzt sind wir verloren gut das ist mein legion rein schreien fangen wir das jetzt auch mit dem mhr an jawoll rechts unterstützt man die linie da rechts die gerade weggescheucht worden ist von der gegnerischen linie ich sehe nichts rauch im also das rauch ist auch sehr heftig das ist die jugend toll ja mal die pfeife aus ich würde sagen die große linie kann jetzt eigentlich unser beschuss nehmen schießt einfach auf den ersten teil dann trefft ja hoffentlich was in der mitte also geschossen ungefähr ähm unterer strich mit geschlossenem fadenkreuz auf die traf oh hit getroffen oh auch hit nice ja das war in der tat gute indikation ah die sind bei den palmen am plänkeln wir haben halt keine geilen palmen zum plänkeln na wir haben eine mitschütlinie das muss ja nicht ja die löst die aber sehr schnell auch ja die ist gleich auch immer da freies verhalten und zurückfallen so schnell wie möglich so schnell wie möglich so so der guhnebol mag keine pferde und dann macht er das pferd Linie im laufen bild ah so leichte formationen hier hinter mir halten es kam der halb links und freies feuer auf die linie unten da uh das war ein hit äh unterer strich im offenen faden kreuz auf die ich glaube das hat jetzt gerade den bär gefressen oh headshot oh jawoll saftig oh wo ging das denn hin an der scheiße das gesamte der erste der letzte bewegt sich nicht leichte formationen zwischen dem letzten und mir neu bilden den zwischen dem letzten und meine leiche neu bilden der letzte bewegt sich nicht flotter ach digga du meinst links ach ja der letzte links ist denn für dich das letzte also wir sind von links gekommen steht in einer kolonne ich war immer noch das war so meine idee hier vor willkommen zurück mal gucken ob es jetzt klappt alles klar oh die kavalerie schießt auf die kavalerie hit 85 wir müssen das terror ein bisschen mehr beusen beidseitig staffeln schütze ihn hier zu beiden seiten halt frisst feuer plenkt jetzt ein bisschen leicht rüber oh der hat sich bewegt das gibt er doch nicht ja der linke teil kann links auf die linie schießen der rechts der rechte teil schießt weiter auf das was über die brücke kommt sind welche dann halt drauf ach so direkt für uns meinst du die rennen sogar zu einer linie also das sind so fünf mann sechs mann ich schieß zwischendurch katmarsch dann wollte er mich wirklich herausfordern ja oh nein verloren zeig gleich von der ersten seite im Wahlkampf Monod Kavalerie